Herzlich Willkommen im Reality Studio aus Saarbeck, das ist unser erster Videoblog und wir begrüßen euch, das ist der Tim, das ist der Thomas, hallo, genau, Thomas, was soll denn das überhaupt hier? So, Freunde, jetzt wollen wir mal berichten, was man im Tonstudio so macht, wir sind zwei Produzenten aus Saarbeck und was war heute los im Studio diese Woche, meine ich, Tim? Ja, also heute war Spekulatius-Essen angesagt, aber am Dienstag war zum Beispiel Radio RST, die, darf ja den Namen sagen, piep, war hier und hat ein Interview mit uns geführt, also über unser Studio, was wir hier so machen und um mir das Ganze näher zu bringen, haben wir folgende Aktion gestartet, nämlich die Band Anna The Gamba da aus Osnabrück, wir begrüßen euch, ganz genau, und ja, die haben nochmal ein bisschen Vocals aufgenommen, genau, die haben vor einiger Zeit hier eine Demo produziert und haben jetzt nochmal Vocals aufgenommen und ein paar Einblicke könnt ihr gleich sehen, ganz genau, und ja, viel Spaß, viel Spaß. Und wir kommen nämlich Radio RST im Studio, und nicht nur das, wir haben auch live andere Gallim-Studien, die Band, die mit und als erstes von uns aufgenommen haben, ist das nicht geil? Ja, ja, geil. Ja, geil. Rekulatius, Tim. Ja, Rekulatius. Da sind wir wieder. Wir hoffen, ihr habt Spaß. Genau, habt einen kleinen Einblick bekommen, wie das hier so abläuft. Und was hier so passiert. In Zukunft soll natürlich noch mehr passieren. Es passiert auch mehr. Schaltet wieder ein. www.insstudio.de Genau, da steht dann auch drauf, wann der nächste Videoblog kommt. Lecker. Lecker, ne? Super lecker. Und dann würde ich sagen, bis denn. Tschüss. Tschaui.